Yo, Kaspar, was geht ab? Yo, was geht? Ich seh gar nichts. Wir können hier Dingsen. Du sollst einmal Reifen malen. Okay, warte mal, ich mal mal was. Oh mein Gott. Okay, ich hab gemalt. Und jetzt? Was können wir jetzt machen? Mein Auto mit den Reifen. Das ist meins. Ja, hier ist meins mit draußen den Reifen. Jetzt können wir da langfahren. Wie cool. Oh mein Gott, ob ich jetzt... Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob meine Reifen dafür gut sind. Warum ist deins besser als meins? Weil du die ausgefüllt hast, oder? Meins ist richtig gut. Meins ist richtig gut. Guck mal, wie meins hier rüberkommt. Warum bist du so schnell? Bro, mein Ding ist richtig... Alter, was ist los da? Nein. Schieb mal bitte von hinten kurz. Wow. Wie kann man springen? Tram von hinten unten. Nein. Was ist denn das? Was ist denn das denn Schrott? Ey Mann, was macht der? Okay, ich muss aussteigen. Reset, reset. Ich komme. Oh Gott. Schaffst du es? Jetzt muss ich 40 Minuten warten, bis Trampolin erneut kommt. Und... Ich brauche auch gerade eins, weil ich komme nicht rüber. Aber ich glaube, man kann locker einen Weg finden. Ja. Und bessere Reifen. Guck mal, was hat die da für Reifen? So. Kann ich noch... Ich kann jetzt weiter malen? Ich kann jetzt anders malen. Oh mein Gott. Ja. Jawoll, noch mal, noch mal, noch mal. Man kann während des jetzt anders malen. Fuß. Jawoll. Okay, warte mal. Wie kann ich malen? Hier unten einfach. Oh, du hast recht. Warte mal. So. So. Ich mache jetzt mal so ein Reifen. Jetzt müsste ich glaube ich neue Reifen bekommen oder so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie meins aussieht. Die Füße. Ja. Das sieht aus wie Füße, Digga. Guck dir mal meins an. Wie das aussieht. Guck mal. Ich schaffe es. Ich auch. Guck mal. Meins soll ein Geländewagen. Meins soll so ein Geländewagen, Digga. Nein. Nein. Was machst du? Guck dir meine Reifen mal, wie krass sie aussehen. Ich bin runtergefallen. Ich bin wieder. Oh Gott. Bei Stage 6. Warte. Ich schaffe es. Ey, du darfst hier gleich nicht das Rote berühren. Na, ich sag's mal mit den Reifen. Da musst du echt aufpassen. Ja, warte mal auf mich. Was machst du denn? Ja, mach ich. Ich warte hier. Ich mache mal neue Reifen. So. Nehmen wir mal eine neue Strategie. Nehmen wir mal so welche. Oh Gott. Kriegt das was? Alter. Die sehen gefährlich aus. Die sehen krass aus. Jetzt mache ich kurz. Die sehen krass aus. Runde Reifen. Du kannst ja auch Raketenbuß bauen, oder? Das sind Runde Reifen am besten. Nee. Nee. Ja, 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 ja. Komm mal ran hier. Das darf ich wahr sein. Ach, nicht dein Ernst. Da hinten. Was machst du denn? Da kann ich ja 10 mal wieder rüber zahlen. Du brauchst ja 10 Jahre dafür. Alter. Alter. Was ist denn das? Bist du zu schlecht, oder was? Okay, pass auf. Warte mal. Ich mache es hier ganz kurz. Oh Gott. Ja, siehste? Ja, komm ran hier. So, ich komm mal. Ganz schön. Alter, ganz schön eng. Ich hätte es doch gar nicht so gefahren. Ich hätte das einfach einreifen rechts, einreifen links. Ist doch nicht schlimm. Alter. Ja, was machst du? Okay, komm, weiter gehts, weiter gehts. Ich habe hier auf jeden Fall krasse Reifen gemalt. Jetzt? Alter, ich wusste, dass das funktioniert. Nein, nein, du kannst ja immer neue malen. Aber ich wusste, dass es funktioniert mit den Offroad Reifen. Guck mal, ich habe richtig... Alter, das ist richtig gut. Alter, ich habe so krasser Offroad Reifen. Junge, die gehen voll ab. Und auch fürs Gelände. Guck mal, wie krass die sind, Alter. Alter, ich würde sagen, meine sind echt richtig gut, Alter. Ja, meine auch. Ich bin... Ja, mit meinen Offroad Reifen, Bro. Die sind... Guck mal, wie krass schnell die sind und wie krass die über alles überkommen. Warte, guck mal, guck mal einen jetzt an. Ah, zweimal. Yo. Okay. Nein. Ich muss neu mal. Ah. Ah. Okay, alles gut. So. Hier rüber. Guck mal den Reifen, die ich jetzt hier habe. Guck mal. Oh Gott, ich bin viel zu schnell. Yo. Guck mal, ich habe auch Offroad Reifen. Oh. Ja, ich sag dir, du musst... Aha, das ist doch Buchstabenreifen, oder nicht? Ja, ja, Buchstabenreifen. Guck mal, wie es aussieht. Guck mal, wie es aussieht. Sieht cool aus. Ich sag dir, aber die sind krass. Die sind krass. Die sind krass. Damit kommt man easy einfach so kurze, gerade Sachen hoch. Hä? Ich komme aber nicht hoch jetzt. Oh mein Gott, wie schlecht. Bro, einfach rüber da. Einfach rüber. Ach so, warte mal. Ich muss ein bisschen... Ich wünsche Stage 18. Komm mal ran hier. Ich warte die ganze Zeit auf dich. Chill noch mal. Wäre das ein Rennen, wärst du voll der Wolliniti hier. So, warte. Ich muss jetzt mal... Ich mache mir noch neue. Ah, jetzt. Die gehen besser. Machen wir mal. Ratte hier. Oh mein Gott. Geht das? Guck mal. Ich habe ein Car jetzt als Reifen. Hä? Hä? Was? Yeah. Die sehen doch cool aus. Warum bist du so schnell? Bist du noch irgendwas gekauft oder so? Ich habe mir gar nichts gekauft, Bro. Ich bin einfach schnell. Keine Ahnung, wieso. Oh. Komm schon. Gedrückt? Oh Gott, Alter. Was machst du? Hä? So, hier komm. Ich mache wieder neue. Die war nicht so gut. Ähm. Warten wir mal. Warten wir mal. Oh. Oh Gott. Das ist jetzt Glück, ob die gut sind oder nicht. Mal gucken. Oh Gott. Ey, die rollen ja gar nicht. Wuhu. Ey, die sind schnell. Die sind echt schnell. Ey, ich bin hier drin irgendwie. Oh. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, aber das war close call, ey. Oh. Und du schaffst es? Ja, du schaffst es. Ich kämpfe mich dann wieder raus. Aus dem Ding. Sehr gut, sehr gut. Alter, ich bin dich richtig gut am Start. Oh. 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 Oh mein Gott. Wuhu. Danke, danke, danke. Warte, sagst du kurz rückwärts? So? Alter, sagst du kurz rückwärts lang? Oh nein. Hast du die mitgeschoben? Ey, hier brauchen wir ganz flache Reifen. Jaja, pass auf. Okay, warte. Guck mal jetzt hier. Wie ein Tuning Dude. Wie ein Tuning Dude. Hä? Du hängst direkt fest. Ja. Höh? Wie ist denn das gemacht? Wie... Wie ein Go-Kart. Oh Gott. Wie ein Go-Kart. Ey, darf ich bitte mal... Nein! Hilfe! Ich bin irgendwo hingeschleudert worden. Oh Gott, nein. Ich hoffe... Ich glaube, ich habe die optimalen Reifen jetzt. Sagst du? Oh. Ne, warte mal. Mein Auto hier kurz beladen. Oh. Voll Tempo! Ja. Ja, ja. Hau rein, Bruder. Mach's gut. Ey, mein ist das so hardcore lahm. So hardcore lahm. Neue Reifen jetzt. Ey, mein ist das so langsam, Alter. Komm her, ich war auf dich. Okay, ich komme. So und... Los geht's! Ich habe jetzt gerade die besten Reifen aller Zeiten. Sagst du? Oder was? Sind die krass? Ja. Ich komme! Oh Gott. Oh Gott. Nein! Ich komme hier nicht hoch! Jawoll! Oh mein Gott! Nein! Ey, was macht denn der? Ey, Bro, das ist das schlechteste Leute, die ich je gesehen habe. Ich brauche wieder meine Outback-Reifen. Warte mal. So ist hier schön. Ich fahre ein bisschen weiter, ne? Ganz entspannt. Hör mal auf. So. Ey, die sind krass. Die sind krass. Die sind sehr gut. So. Oh mein Gott! Hab die so recht? Oh mein Gott, wie schnell sind die? Was? Ich habe riesen Dinger, die sind übel schnell. Okay, ich komme jetzt. Ich hole dich easy ein. Alter! Die sind so hart und schnell. Ich kann mich auch mehr farbliche holen. Geht das? Ne, ne, ne. Ich glaube nicht. Fat Wheels kannst du dir aber kaufen. Oh mein Gott, guck mal wie schnell die sind! Alter, aber bist du so schnell! Oh nein! Hey, mach keine Faxen jetzt! So, okay. Neee... Neee... Wow! Oh mein Gott! Das war... Alter... Oh mein Gott! Ich habe den Rocketboost aktiviert und gleichzeitig... Nein! Okay, warte! Ey, bitte! Wow! Oh mein Gott, bitte gönn jetzt krassen Reifen! Los! Ich habe ein paar Stages übersprungen! Ey, bitte! Jawohl! Ey, bitte! Ich muss dich drehen irgendwie! Nein! Ich brauche Breakdance! So, nochmal 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 nochmal! Du musst dich berühren oder so, Kaspar? Okay, warte, ich komm, komm, komm! Ich hab mein Auto resetten! Ich hab... Ich hab... Wo bist denn du jetzt da hinten? Ich brauche noch kurz! Ich brauche noch kurz! Kein Problem! Ah! Oh mein Gott! Das war... Das war ja richtig schlecht! Naja, was kann nochmal passieren? Sag mal! So, warte mal! Jetzt müssen wir die wieder neu malen! So, komm! Jetzt müssen wir einmal Dingsen! Jetzt können wir schön... Da vorne bist du! Ich sehe dich da ganz genau, Kollege Schnürschuh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bro, die Reifen! Alter! Alter! Komm raus da, bitte! Ja! Okay, alles gut! Ja, danke gemacht! Sehr gut! So, Rocket! Jawohl! Bam! Yo! Ey, was ist denn das? Also wenn du es gerade zu rennen, dann wärst du richtig schlecht! Ey, ja... Warst du schlecht! Woah! 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 Ach, verdammt! Jetzt komm ich hier wieder schon wieder nicht hoch! Man muss die ganze Zeit... Doch, hier! Gar nichts los! Gar nichts los! Was ist mit... Was ist, wenn ich solche Reifen habe? L-Reifen? Was ist das für Reifen? Die L-Reifen? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist! Ich habe jetzt M-Reifen! Oh Gott! Guck mal, L! Die funktionieren auch gut! Die funktionieren sehr gut sogar! Wie er kämpft! Hast du gesehen, wie ich gekämpft habe? Nee, weil du so langsam bist! Oh nein! Ey, Bro! Das wird jetzt ganz lustig! Hä? L-Reifen sind die besten! Hä? Fährt das hoch und runter? Die Wände fährt hoch und runter! Du kommst nicht hoch! Nee, die Wände fährt da hoch und runter, habe ich gerade gesehen! Und ich wühle mich hier lang mit meinem... Oh mein Gott! Mit meinem Geländerauto! Nein, nein, nein! Warum komm ich? Ich hilfe! Und nächste! Alter, ich kann dich nicht verändern! Nein! Nein! Ey, ich häng fest! Nochmal! Oh! Ja! Okay, sehr gut! Ja, L-Reifen ist nicht so toll! Oh Gott! Oh Gott! Und Boost! Wow! Nein! Finger! Ich glaube, die waren hier am besten! Oh! Rüber hier! Rüber hier! Mach! Alter! Ich muss sagen, mach dir M-Reifen! Die sind anders krass! Ich habe auch gerade M-Reifen! Naja! Übelst gut! Die sind übelst gut! Oh Gott! Nein! Das hast du gemacht! Wow! Wie schnell bist du! Ich bin direkt bei dir! Ich habe dich gesehen! Alter! Die steckt eingeholt! Nein! 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 Ich komme hier gut durch! Ich komme hier sehr gut durch! Ey! Was nimmt man denn jetzt hier für Reifen? Ach! Fahren die Wände auch runter? Ja! Ne! Doch nicht! Die bleiben gleich! Ey! Jetzt häng ich hier wieder fest! Oh Gott sei Dank! Okay! Warte! Ja! Ja! Vorsichtig! Oh Gott! Warte mal die Schokoladenbälle! Ja! Okay! So gehts! So ich bin jetzt hier! Alter! Ich komme hier easy rüber! M-Reifen sind echt okay! Alter! Ich sage dir! M-Reifen anders krass! Anders krass! Warte! Jetzt kann ich hier durch! Jawoll! Nächsten Check my order bitte! Wie oft kannst du denn springen? Wie oft kann ich springen? Alle 40 Sekunden! So! Hier! So jetzt! Okay! So passt es! Und... Spun! So! Jetzt! Wow! Wow! Alter! Alter! Was ist los bei dir? Was geht bei dir ab? Wie war's los an mir? Was war voll krass unterwegs hier? Nein! Ich muss meine Reifen nochmal an! Ey Bro! Ich komme hier nicht weiter! Ich komme da nicht rüber! Über die Rampe! Wie so eine Möglichkeit! Da gibt's nur eine Möglichkeit! Wow! Was geht's? Was geht's? Was geht's? Und weiter geht's! Lieber die Pyramiden rüber hier! Oh mein Gott! Hey! Oh Gott! Oh! Okay, so klappt es! Hey! Direkt davor! Wieso? Hängst du fest oder was? Warte! Weiter geht's! Jetzt grad ist easy! Jetzt grad ist easy! Oh! Du schaffst halt nicht das Ziel! Ich sehe es auf Seiten schon! Oh Gott! Und Sprung! Wo bist du? Warte! Meine Reifen sind kaputt gegangen! Jawoll! Egal! War gut! War gut am Boost! Ey! Bitte nicht! Danke! So! Weiter geht's! Meine Reifen sind kaputt Kaspar! Wie die sind kaputt? Die sind kaputt gegangen! Häng fest oder was? Das ist ein Schrott! Alter! Was hast du dir gekauft für Robux? Wie? Was hab ich mir gekauft für Robux? Hast du dir was für Robux gekauft? Hä? Ich bin doch ganz normal rüber gesprungen gerade! Achso! Weiß ich doch nicht! Weil du eben doch auch schon geboostet hast! Deswegen sagst du dir was zu gefährlich! Ich muss ja jetzt meinen Reifen neu machen, Alter! Hä? Du hast doch schon... Hä? Musst du dir die neu machen? Wieso musst du dir die neu machen? Ich hab meine noch nicht einmal neu gemacht, seitdem ich die als M hab! Ich bin runtergefallen! Wenn du runterfällst, kannst du einfach schnell auf Reset! Klar! Und das war's! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war richtig smart von mir! Das war richtig gut! Alter! Wie weit bist du? Wie weit bist du vorgedrückt? Reset! Wui! Wuhu! So! Sehr schön! Ich komm hier sehr weit! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! So! Sehr gut! Weiter geht's hier! So jetzt hier schön! Trampolin! Action! Oh! Der Rippertsgang! Wieso hast du so oft Nutzen? Das ist doch mal! Das ist voll oft Nutzen! Kann ich! Wui! Ich bin selber voll oft Nutzen! Oh mein Gott! Oh Gott! Hier ist das Ziel! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich komme! Oh mein Gott! Da ist ein Timer! In zwei Minuten ist da irgendwie so ein Lucky Block oder so! Hä? Ey! Wie bist du denn hier rüber gekommen? Bitte über die blauen! Ich bin einfach schnell geflogen oder so! Oh Gott! Das schaffe ich im Leben nicht! Nein! Wieso wird das nicht sch... Du hast doch immer was gekauft! Was machst du? Was hast du? Was hast du? Was hast du? Wie hast du gekauft? Oh! Ich bin wieder auf Null! Ah! So kurz vorm Ziel, Digga! Hast du ne Nuke gekauft! Jaaa! Mann! Nein! Juhu! Verdammt! Leute! Wir haben uns heute die lustigsten Reifen gemalt! Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal ein Like! Und auch ein Abo da! Tut mir die gefällt! Checkt mir erstmal dieses Mal wieder aus! Und guckst dir bis zum Ende an! Es lohnt sich! Wir sehen uns im nächsten Video! Bis dahin und tschau tschau!